Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert. Am vergangenen Wochenende ist mit verschiedenen Konzerten und Darbeitungen der neue Konzertflügel vom Kulturhaus Setzwerk Allesheim eingeweiht worden. Es ist ein Steinway-Konzertflügel D, ein Instrument von Weltklasse. Dieser Flügel war ein Wunsch von vielen, die diesen Kultursaal initiiert haben. Wir haben ihn in Liestl bei René Waldhauser gefunden. Er hat ihn erst jetzt frisch revidiert. Der Flügel wird zum ersten Mal überhaupt bespielt. Wir konnten erleben, wie dieser Flügel bei René in seiner Werkstatt wieder neu entstanden ist und damit ein neues Leben eingehucht wurde. Es ist ein Steinway-D. Das ist das grösste Instrument, das die Marke Steinway zur Verfügung stellt. Der klassische Konzertflügel, wie man ihn auch in anderen grossen Konzertsälen kennt. Im Kanton Basel-Land ist tatsächlich im öffentlichen Raum meines Wissens der einzige Flügel in dieser Grössenordnung zur Verfügung. Bei so vielen Superlativen stellen sich die Fragen nach dem Preis und der Finanzierung. Der Flügel kostet 108'000 Franken, so wie er jetzt hier steht, revidiert. Das ist aber rund die Hälfte von dem, was ein neues Instrument kosten würde. Wenn man den genau gleichen Flügel bis Steinway heute neu bestellen würde, würde er unterdessen über 250'000 Franken kosten. Die Finanzierung ist einerseits durch Sponsoren, die wir gewonnen haben. Es ist aber auch die Gemeinde Allesheim, die sich namhaft daran beteiligt hat und Männer kommen Allesheim, die sich daran beteiligt haben. Und wir sind mit diesem Flügelfest auch, haben wir gesagt, dass wir probieren, hier auch noch Geld zu generieren durch die Einnahmen aus dem Konzert. Aber wir hoffen selbstverständlich auch, dass wir hier noch weitere Sponsoren finden, die uns unterstützen, damit dieser Flügel dann am Schluss vollumfänglich finanziert ist. Der Jean-Paul Brotbeck und der Lukas Traxl sind Musiker von Weltformat. Wie ist das Urteil über den neuen Flügel? Der Flügel ist fantastisch. Er ist ein sehr toller Flügel, hat sehr viel Brillanz oben raus. In der Mitte muss man ihn noch ein bisschen wecken. Aber das ist bei einem neuen Flügel so. Er ist auch noch mechanisch, muss man ihn ein bisschen einspielen. Aber es ist ein wahnsinniges Instrument. Und eben, eine Seltenheit, jetzt hier im Baselland, so einen Flügel zu haben. Und wie ist der Saal im Setzwerk Allesheim zum Bespielen? Der Saal ist extrem schön zum Bespielen. Es ist eine extrem Ausgleichung akustisch. Es gibt wirklich keine Schwäche. Man hat oft Saale, wo gewisse Frequenzen mehr ansprechen, wo gewisse überbetont sind und andere ein bisschen unterbetont. Und es ist ein extrem angenehmes Saal zum Spielen, weil es wirklich sehr linear ist. Es ist sehr ausgeglichen, es ist sehr warm. Und das macht alles zusammen sehr, sehr einfach zum Spielen und sehr schön zum Spielen hierin. Und für alle, die sich an Geld spenden möchten, beteiligen, gilt... Melden kann man sich auf jeden Fall beim Tragenverein Setzwerk. Der Flügel gehört dem Setzwerk. Er gehört jetzt hier, dem Saal. Und da kann man sich sehr gerne auch bei Markus Reibi, dem Präsidenten des Vereins Setzwerk, melden. Der Flügel. Untertitelung des ZDF, 2020